Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, zu dem Thema auch sprechen zu dürfen. Ich bin in einer Phase mit meinem Team, eher in der Anfangsphase und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man ein innovatives Produkt einbringen will in den Klinikalltag, gerade noch in einer universitären Einrichtung, dann ist es von großer Bedeutung, dass man auch psychologisch, auch edukativ die Personen, die mit dieser neuen Methode, mit dieser Innovation, mit diesem neuen Produkt auch in Verbindung gebracht werden, damit man dann auch diese Innovation tatsächlich in den Klinikalltag implementieren kann. Wir wollen keine Harakiri-Nummern machen, gerade wenn man bestehende, gut funktionierende Systeme vielleicht auch ausgleichen will oder irgendwann auch ersetzen möchte. Daher war es für mich als Chef der Abteilung für Plastische Handschirurgie sehr, sehr wichtig, diese Innovation auch in irgendeiner Form sicher zu bringen. Wir haben relativ wenig Erfahrung mit diesem Produkt, nicht zu vergleichen mit meinen beiden Vorrednern aus der Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bin plastischer Chirurg und habe die Zusatzbezeichnung Handschirurgie. Wir machen das gesamte Spektrum, das die Handschirurgie zu bieten hat, inklusive der Replantationen mit der Mikrochirurgie, die wir im Rahmen eines 24-stündigen Replantationsdienstes anbieten, sodass wir auch eine Verantwortung nicht nur dem Zuweisernetzwerk gegenüber haben, sondern auch innerhalb dieser universitären Einrichtung. Und gerade wenn wir eben ein neues Produkt, eine Innovation einbringen wollen, und wir haben viele dieser Möglichkeiten im Bereich der plastischen Chirurgie und ich habe die Erfahrung gemacht, gerade diese emotionale Bindung zu einem Produkt, das vielleicht jahrzehntelang schon bestanden hat aus der Verbrennungschirurgie, das enzymatische Debridement, das Bromelain, das war so ein Produkt, bisher hatte man immer nur das Wegmesser gekannt und die 2b-drittgradigen Verbrennungen sind dort abgetragen worden, allschichtig, rein manuell, chirurgisch und dann wurde transplantiert. Und jeder kann sich vorstellen, dass eine Verbrennung eher mal höher, mal tiefer ist und oberflächlicher und tiefer ist und das enzymatische Debridement ist eben selektiv, aber als wir das benutzt haben, hat die Wunde ganz, ganz eigenartig, fast drittgradig ausgesehen. Und das hat einen enormen Angsterror vorgerufen im Pflegepersonal, bei den Zuweisersystemen, in unserem eigenen Team, bei mir selbst. Und darauf aufbauend haben wir diese Erfahrung dann auch sehr behutsam, dieses Implantat einzubringen und dann auch zu kommunizieren. Ich glaube, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, gerade bei diesem Bereich Gasbildung, diese transluzenten Zonen. Und auch da haben wir natürlich, gerade in dieser Gruppe, und wir haben auch da eine große Verantwortung. Wer hat die Scaphoid-Frakturen? Wer hat die Frakturen im Bereich der Hand? Das sind vor allem junge Männer zwischen 20 und 29, hoher Aktivitätsgrad, hoher Patientenanspruch an Rekonvereszenz. Und wir wollen natürlich diese sehr jungen, dynamischen Patienten dann auch nicht schädigen. Deswegen auch die hohe Verantwortung. Das ist jetzt, wir nehmen teil an dieser SCAMAG-Studie, also Synthelix und Magnesik-Schrauben. Und das ist eine randomisiert-prospektive Studie. Davon werden Sie im letzten und nächsten Vortrag genaueres hören. Und da wird wirklich entschieden, erst in der Randomisierung auf Unfallereignis passiert, Scaphoid-Fraktur. Und dann haben wir die Einschlusskriterien und im Rahmen dieser Einschlusskriterien wird dann erst entschieden, ob der Patient eine Synthelix, eine Magnesik-Schraube erhält oder ob der Patient eine HBS-2-konventionelle Schraube bekommt, Titanschraube erhält. Und dann wird nach einem ganz speziellen Schema eben nachuntersucht. Wir haben, und das sehen Sie hier mit der Studie, den ersten Patienteneinschluss Ende Juli 2019 gehabt, haben inzwischen den fünften Patienten eingeschlossen, gerade gestern den fünften. Davor hatten wir eine klinische Erfahrung mit zehn Patienten, um erst mal das Produkt kennenzulernen, wobei das natürlich wirklich die Anfangsphase ist. Nichtsdestotrotz, Patient 1 eben Fahrradsturz 22.06., dann die Operation mit Magnesik 2,7 und da sehen Sie die Verletzung. Und im Rahmen dieser Darstellung, präoperativen Evaluation natürlich, dann die Entscheidung durch die Studie Magnesik 2,7 mm, das ist eine kannulierte Schraube. Die kleinere von den drei oder beziehungsweise vier Doppelgewindeschrauben ist nicht kannulierfähig. Und hier dann das Einbringen. Und da sehen Sie auch schon, was eben drei Monate postoperativ tatsächlich passiert. Man sieht sehr, sehr schön hier diese Gasbildung. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben natürlich erst mal die Radiologen, bevor wir mit dieser Studie angefangen haben, die Radiologen in-house geschult. Wir haben uns zusammengesetzt mit denen und gesagt, wenn wir diese Schraube einbringen werden, dann zeigt die Erfahrung dieser Kliniken oder Abteilungen, die schon diese Schraube, gerade auch im Bereich der Orthopädie und Unfallchirurgie, gar nicht mal aus der Handchirurgie, da wird diese Gasbildung entstehen. Das heißt, wenn ihr ein postoperatives Röntgenbild, ein postoperatives CT, ein MRT macht, dann achtet nicht darauf oder glaubt nicht, dass es jetzt eine Lysezone ist, eine Infektion, etwas ganz, ganz Schlimmes. Das wäre ja eigentlich so etwas, würde sofort bei einer Titanschraube, würde sofort alle Alarmglocken läuten lassen. Und das ist eben bei diesem Produkt nicht der Fall. Deswegen der Einschluss Patient 2, Schlag gegen die Wand, 17.09.2019 die Operation, das sind nochmal die Bilder der Fraktur und das ist die eingebrachte Schraube am OP-Tag und das ist das Bild vier Wochen postoperativ. Und auch da sehen Sie, dass man nicht unruhig werden sollte und genau das haben wir dann auch gerade mit der Radiologie. Wir haben diese Patienten auch nicht in die Niederlassung weitergegeben, sondern wir behalten diese Patienten erstmal tatsächlich in unserer Hochschulambulanz, weil wir erstmal in dem Setting des universitären Bereichs das verstehen wollen und auch dann dort diese klinischen Pathways haben und auch das Verständnis und die Edukation aller beteiligten Gruppen, Physiotherapie, Ergotherapie, alles was damit zusammenhängt, dass wir das verstehen, bevor wir dann natürlich an die Zuweisersysteme herantreten und denen das weiter erklären. Das sind jetzt die nächsten Beispiele in randomisierter Folge, die HBS2-Systeme, das überspringe ich relativ schnell, aber das soll Ihnen natürlich selbstverständlich auch nochmal zeigen, dass nach zwei Wochen in dem Fall überhaupt keine Lysezone entsteht und auch hier bei dem vierten Patient in der konventionellen Darstellung auch keine Lysezone entsteht, beziehungsweise keine Lysezone, sondern gasbildende Zone. Die Diskussion bleibt trotzdem natürlich als eine Herausforderung, das zu verstehen und auch dann zu erklären und zwar nicht nur im Team, sondern dann auch darüber hinaus, auch über die anderen Fachdisziplinen hinweg. Allerdings muss man auch sagen, die hohe Patientenakzeptanz spricht auch für sich. Wenn ich dem Patienten, wenn der frei entscheiden dürfte und ich ihm sage, du kriegst ein resorbierbares Implantat versus ein Implantat, das dauerhaft in deinem Körper verbleibt oder wieder entfernt werden muss, rein psychologisch sagt der Patient selbstverständlich, ich möchte lieber das resorbierbare Implantat. Das ist ganz klar. Dann die verbreitete radiologische Unsicherheit, darauf habe ich jetzt schon mehrfach hingewiesen, diese Resorptionsräume, das ist natürlich ein Challenge of Mind. Wir müssen tatsächlich das Produkt auch verstehen und dieser hohe Aufklärungsbedarf, den kann man nicht zu hoch bewerten. Sehr begrenzte Erfahrung, das muss man natürlich auch dazu sagen, muss ich dazu sagen. Wir nehmen teil an dieser Studie. Ich denke, wir werden jetzt sehr, sehr schnell diese Lernkurve auch mit vorantreiben und dass wir die 190 Patienten in dieser Studie einschließen können. Und das darf man aber auch nicht verschweigen. Man hat auch gesagt, gerade im Bereich der Handschirurgie, das ist eines der Punkte, die wir auch noch besprechen müssen, wo sich vielleicht auch die Materialforschung weiterentwickelt. Das Vorbohren ist natürlich vielleicht in der Orthopädie-Unfallchirurgie in den Disziplinen gang und gäbe. Bei der Herbert-Schraube beziehungsweise bei der Skaphoid-Verschraubung gibt es natürlich Systeme, da muss ich nicht vorbohren. Da habe ich eine selbst schneidende Schraube. Ich muss also weder den Kanal bohren, noch den Kopf bohren. Da kann ich das Implantat gleich einbringen. Das sind also zwei Arbeitsschritte, in der Tat mehr. Nichtsdestotrotz, auch das kann man erst mal verstehen. Ich will lieber eine intakte Schraube haben, die eingebracht worden ist, als dass die irgendwo bricht. Deswegen natürlich das Vorbohren, so wie der Hersteller dies verlangt. Langfristig, mittelfristig würde man sich natürlich wünschen, dass man genauso viele Arbeitsschritte hat, wie Methoden, die man aktuell hat. Und natürlich, was wir auch sagen müssen, wir müssen auch da, das könnte auch ein Thema sein, dass man bespricht, was passiert bei einer frühzeitigen Explantation, die medizinisch notwendig ist, oder bei einer Fehllage, oder stelle man sich vor, die Schraube würde gerade in dem Frakturspalt an schlechtester Stelle irgendwie abbrechen. Was mache ich dann? Das sind alles Dinge, die wir selbstverständlich auch diskutieren müssen. Aber letztendlich ist es und bleibt es ein Produkt, das sehr, sehr innovativ ist und wir sehr, sehr gerne die Erfahrung sammeln wollen, sehr, sehr gerne auch edukativ an die Teams herantreten, mit denen wir zusammenarbeiten, weil das Tollste wäre natürlich, wenn wir ein neues, innovatives Produkt haben, das dem Patienten hilft und natürlich viele Operationen, wie zum Beispiel Metallentfernung erspart und auch Kosten im System einspart. Das wäre hervorragend. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Dragu, herzlichen Dank. Das war ein, würde ich sagen, sehr differenzierter und vor allen Dingen auch sehr einfühlsamer Vortrag. Ich glaube, Sie haben ein paar Dinge weg von auch der eigentlichen Versorgung der Knochen adressiert. Das ging wieder mal um, auch das ist nochmal ein guter Einwand, den wir uns auch als Firma zu Herzen nehmen werden. Da sind wir gerade auf dem Wege, mal auch die Gruppe der Radiologen anzusprechen, damit das eine Klarstellung erfährt. Zum Zweiten haben Sie einen guten Aufschlag gemacht für auch nochmal den Hinweis auf eine Publikation, die nicht ganz vorteilhaft für unsere Firma gewesen ist, weil sie im Jahr 2014 in Handplastische und Mikrochirurgie erschienen ist. Und hier hat man genau das, was Sie beschreiben, also diesen Mindchange, den hat man noch nicht vollzogen gehabt, sondern man hat beschrieben, wir haben fünf Patienten in eine Studie eingeschlossen und haben dann die Studie wegen radiologischer Phänomene abgebrochen. Gleichzeitig hat man aber konstatiert, dass alle versorgten Skaphoidfrakturen geheilt sind und auf der Skala bis 100 einen Mayo Risk Score von 99 im Durchschnitt hatten. Also das hat sich schon widersprochen, aber die Publikation steht im Raum. Es musste auch eine Art Gegendarstellung geschrieben werden, weil eine Studie gar nicht vorgelegen hatte, aber das sind jetzt mal im Moment für diesen Moment Randeffekte. Und als letztes haben Sie technische Dinge angesprochen, da kann ich sagen, ja, Sie haben, ich bin selber Chirurg gewesen, also ich weiß, dass das ein zusätzlicher Aufwand ist, wenn man bohren und nochmal zweimal bohren muss und eine andere Schraube schneidet und bohrt selber. Und bisher waren wir nicht in der Lage, aus dem Material, was ja wie auch vorhin schon mal dargestellt, doch von den Materialeigenschaften etwas weicher ist. Insgesamt das Elastizitätsmodul ist geringer als bei Titan. Und deswegen sind wir jetzt erst langsam auf dem Weg, auf der Entwicklung zu einem ganz anderen Produkt, dieses Problem tatsächlich auch zu bearbeiten. Und ich kann Ihnen gute Hoffnung machen, jedenfalls Stand heute, dass wir auch solche Produkte haben werden, die dann eben selber bohren und schneiden. Aber für Innovation braucht man eben diesen Mindchange und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach bereit zu ist, auch dann erstmal mehr zu investieren und das Verständnis zu entwickeln. Gibt es noch Fragen vom Publikum? Meine Frage an die Referenten, beziehungsweise auch an die Firma. Man kann ja Läuse und Flöger haben. Das heißt, bei Einbringen der Magnesiumschraube bildet sich Gas und man kann auch einen Lysesaum sehen nachher. Gibt es eventuell bildgebende Verfahren, wo man diesen Unterschied darstellen kann? Der Unterschied zwischen? Zwischen der Gasbildung, die ja immer eintritt und einer eventuellen Lockerung mit einer Ausbildung eines Lysesaums. Also es ist ja keine Lockerung, wie wir jetzt in vielen Studien nachgewiesen haben. Und es sind, wie vorhin erwähnt von Professor Kirschner, Phänomene durch die elektrochemische Reaktion in unmittelbarer Nähe der Schraube im Knochen. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, an den Bildern von Professor Dragu, je spongiöser ein Knochen ist, desto mehr sind diese Phänomene zu sehen. Wir haben es auch bei Herrn Reppenhagen am Knie, im Tibia-Kopfbereich gesehen. Die Phänomene sind noch viel evidenter, noch viel deutlicher zu sehen, als in der Vorfußchirurgie. Und auch im Skarfoid sind sie viel deutlicher zu sehen. Sie haben aber nichts mit Lysen. Vielleicht sollten wir einfach diese Begriffe mal weglassen zu tun, sondern es sind diese Phänomene in unmittelbarer Umgebung. Wir sehen sie auch im DVT, also einer Steigerung einer radiologischen, konventionellen Darstellung noch viel, viel genauer. Und auch die Gasbildung sieht man sehr viel genauer. Aber es gibt keine unterschiedlichen Medien, radiologischerseits, die diese Sorge klären könnten, weil die Sorge ist an sich schon unberechtigt. Ist es jetzt Gasbildung oder ist es Lüsesorgung? Die Gasbildung ist ja in den Weichteilen. Teilweise auch im Spünkelhöchsknochen ist richtig. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Sie meinen den Unterschied zwischen der Gasbildung und der Lockung. Egal, ob sie im Weichteil ist oder im Knochen und dieses Phänomen in unmittelbarer Umgebung. Ich würde das gerne vielleicht in zwei Punkten kommentieren. Einmal darf ich mir zu Hilfe holen, jemanden, der nicht bekannt ist als jemand, der unser Freund ist. Frau Professor Weinberg aus Graz, die ja sehr viel Erfahrung mit Magnesiumimplantaten hat, vielleicht die meisten im deutschsprachigen Raum überhaupt, hat Tierstudien durchgeführt, ihr ganzes Leben lang. Und sie ist neulich auf einem Kongress aufgetreten und hat einen Satz gesagt, den hat sich unsere Firma, ins Gebetbuch geschrieben. Sie hat gesagt, in Tierversuchen über 20 Jahre hat sie nicht ein einziges Implantat aus Magnesium gesehen, das sich aufgrund solcher radiologischer Phänomene gelockert hätte. Und man sieht in den histologischen Aufarbeitungen, dass das Implantat immer Kontakt zum spongiösen Knochen hat. Was das Phänomen erzeugt, dass da solche Randzonen-Phänomene entstehen, das hatte ich eben schon mal ausgeführt, ein, ich komme jetzt in den spekulativen Bereich, aber er erklärt das dann sehr schön, wenn sich das bestätigen sollte. Es gibt über eine gewisse Zeit durch das basische Milieu, was durch die Magnesiumhydroxid-Bildung entsteht, wahrscheinlich das Phänomen, dass spongiöser Knochen dekalsifiziert wird für einen bestimmten Zeitraum, der Knochen zwar dem Implantat noch anliegt und erst in dem Prozess, wo durch die osteokonduktive Wirkung erneut Knochen entsteht, der Knochen rekalsifiziert wird. Das ist ein im Moment gerade heiß diskutierter theoretischer Ansatz, dem ich folgen würde, weil es aus allen Blickwinkeln einen gewissen Sinn macht, ohne dass wir es bisher hätten nachweisen können. Aber ich sage Ihnen vielleicht noch dazu, ich habe vorhin angesprochen, ich selber habe, das ist eine der wenigen Dinge, auf die ich so ein kleines bisschen stolz bin, weil sie mich natürlich auch freuen, dass ich dieses Wissen habe, persönlich, könnte der Firma dankbar sein, ich liebe Wissenszuwachs, ich habe insgesamt fast 2000 Fälle mit Magnesiumimplantaten gereviewt sozusagen, alles, was in die Firma reinkommt, geht immer auch über meinen Schreibtisch. Und ich habe noch nicht ein, das sage ich wirklich, der Blitz möge mich treffen, wenn mir einer was anderes nachweist. Es gibt keinen einzigen Fall unter diesen 1800 Implantaten, wo die radiologischen Phänomene mit einer Nichtheilung des Knochens am Ende in Verbindung gebracht werden können. Steht gestern einer auf und sagt, ich habe sechs Garfoide operiert, da habe ich eine Pseudatrose gesehen, das waren bestimmt Ihre Implantate. Da habe ich gesagt, Verzeihung, Herr Kollege, also erstens mal ist das keine Wissenschaft, und zweitens, Sie haben ohnehin schon eine Pseudatrose-Rate von 20% am Skaphoid und jetzt kommen Sie und sagen, in Ihren sechs Fällen war das auch so. Ja. Ich habe gesagt, ja. Ich darf noch mal ganz kurz darauf eingehen, ich finde die Frage gar nicht so schlecht. Danke. Ich würde auch noch kurz darauf eingehen. Die Frage war ja, es gibt ja auch Lüsezonen um nicht resorbierbare Materialien, beispielhaft aus Titan. Und der Unterschied aus meiner Erfahrung, es gibt keine 100% Gewissheit, ist aber, dass die Gasbildung um die Magnesiumschrauben oder Radiosenzenzonen, wie auch immer man sie nennen mag, atypisch sind im Vergleich zu den typischen Lüsesoomen um ein Implantat, die ja zirkulär herumlaufen. Und bei der Magnesiumschraube findet sich das immer nicht an der Corticalis, sondern im Bereich des spongiösen Knochens. Das ist als kleine Hilfestellung, wenn man so einen Fall beurteilen möchte. 100% Gewissheit kann man dann durch die normalen Röntgenbilder natürlich dort nicht haben. Das ist ein Vergleich dazu. Deswegen ist die Radiologie sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es gibt ja auch Radiologiebücher inzwischen, die Gewebetransplantate aus der plastischen Chirurgie, wie verhält sich ein freier Latissimus dorsilappen im kleinen Becken nach Rectum-Exdepartion und Exenteration. Wie sieht das kleine Becken denn nun aus? Das ist auch komplettes Umlernen. Da gibt es ganze Atlanten inzwischen, die zeigen, wie die neue Radiologie aussieht. Und ich finde, genau in dem Punkt müssen wir auch verstehen, wie die neue Radiologie aussieht bei der Verwendung solcher Implantate. Was macht man denn, wenn eine Schraube jetzt vorgibt? Vielleicht darf ich zur Hilfe springen, weil ich ein paar Bilder schon gesehen habe von Patienten, die gebrochene Implantate hatten. Also auch hier, geschicke ich vorweg, muss ein Mindset, ein neuer Mindset stattfinden. Sie müssen unterscheiden bei diesen reservierbaren Implantaten zwischen den Patienten, bei denen die Schrauben brechen, nachdem die Fraktur geheilt ist oder im Heilungsprozess. Dann akzeptieren wir auch von Firmenseite her und sagen, das ist der normale Prozess. Wie will man denn sonst erklären, dass ein Implantat degradiert, wenn es nicht auch brechen kann dann? Es wird dünn, es wird immer dünner und irgendwann sind die Restkräfte, die wirken da, wir wissen das, Mikrobewegungen im Frakturspalt und dann bricht das Implantat, aber die Fraktur ist geheilt. Und wenn Sie ein frühes Brechen des Implantates hätten, das passiert tatsächlich dann, ich hatte eingangs gesagt, und ich bitte das nicht als Arroganz zu werden, sondern als ein Augenzwinkern, Intelligenz braucht das Implantat einfach, wenn man es einbringt und wenn man es dann in der falschen Indikation benutzt und die Schraube bricht, dann ist das ärgerlich. Ich habe in der richtigen Indikation noch keine brechenden Schrauben erlebt. Ich kann mal aus der Fülle, gerade letzte Woche ist ein Patient reingekommen, da ist eine Arthrodese zwischen Osnavikulare und Kubuideum am Fuß gemacht worden mit zwei 3,2er Implantaten. Wenn man ein bisschen erfahren ist oder schon sich damit beschäftigt hat, dann sagt man, das ist für diese Indikation viel, die Schrauben sind viel zu klein, also die sind nicht groß genug. Eine 4,8er, die wir jetzt auf dem Markt haben, beschichtet, wäre ein schönes Implantat dafür, aber der Operateur, als ich ihn anrief, sagte, ja, Sie haben recht, ich sage es gleich, das war zu wenig. Dann hat er den oberen Teil noch rausgedreht und den anderen Teil hat er gelassen. Er hat einfach nur den Kanal geändert und wenn man das andere Teil auch rausbekommen wollte, wozu meistens gar keine Notwendigkeit besteht, wird es überbohrt und man macht eine Schraube dicke größer. Ich darf vielleicht aus der Praxis auch noch kurz was dazu sagen. Ich habe jetzt letzten Freitag die 1111. Schraube eingebaut und überblicke 350 bis 400 Vorfußfälle, nur Vorfußfälle. Und wir hatten in fünf Jahren, wir hatten vor drei Jahren einen Fall, eine Patientin mit Diabetes, die nach übergewichtig, die nach fünf Wochen auf der Treppe gestürzt ist, die Schraube war gebrochen und man hatte ein bisschen Sorge, dass die Osteotomie noch nicht fest ist. Sie ist in einer anderen Klinik operiert worden, man wollte die Schraube rausnehmen und es kommt genau das, wo es eigentlich sehr wichtig ist, was Herr Drago gesagt hat, wir müssen uns gegenseitig informieren und müssen nicht immer, indem wir uns selber was zusammenreimen, das weitergeben, sondern es muss an die Kollegen, Radiologen und so weiter, das Wissen weitergegeben werden. Die haben die Schraube versucht herauszubekommen und hatten natürlich auf die Schnelle niemand erreicht bei der Firma, so war die Auskunft, ganz überrascht, dass man keinen erreicht am Samstagabend. Und dann haben sie die Schraube drin gelassen, weil sie sie nicht rausbekommen haben, weil der Schraubenkopf natürlich keine Stabilität hatte und den Torx-Schraubendreher hatten sie nicht zur Verfügung. Vier Wochen später habe ich sie operiert und es ist in der Tat keine wirkliche Schraube mehr, sondern es ist ein Konstrukt, was sie teils mit dem Schraubendreher und teils mit der Pinzette und teils mit einem Löffel herausnehmen können. Die Osteotomie war stabil, aber in diesem Loch, sage ich mal, vereinfacht, konnte man die Schraube teils mühsam mit der Pinzette rausbröseln und den Rest rausdrehen. Aber sicherlich jetzt ein Einzelfall. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, ganz ketzerisch, was macht man denn mit abgebrochenen Titanschrauben, die irgendwo in der Tiefe gebrochen sind, die kriegt man auch nicht raus. Also da stellt sich in der Tat die Frage, ist das stabil, ist es durchbaut, wenn es beides oder eins von beiden der Fall ist, dann kann man es natürlich auch einfach ignorieren. Eine stabile, straffe Pseudarthrose würde man auch nicht revidieren und wenn da noch ein gebrochener Schraubenrest ist, mich würde es nicht stören. Dieses Problem, dass man sie nicht rausbekommt, ist ja später ein riesengroßer Vorteil. Angenommen, Sie haben im Vorfußbereich eine tolle Umstellungsosteotomie gemacht, der Patient entwickelt, was ja nicht selten vorkommt, eine Arthrose im Großzehengrundgelenk. Sie müssen zwei Jahre später nochmal operieren, entscheiden sich dann doch für eine Arthrodese, dann können Sie durch dieses vermeidliche Schraubengebilde, was radiologisch noch nachweisbar ist und etwas Metall darstellt, können Sie direkt durchbohren und es passiert überhaupt nichts und Sie können Ihr neues Implantat wunderbar stabil da verankern. Herr Drago, vielen Dank.